So, das war richtig hinsitzen hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PlanetSite2. Heute auf Inda, weil das von Benji gerne so gehabt haben wollte. Und wir nehmen mal die Max-Einheit, oder auch die schwere Einheit genannt, mit mal der Panzerabwehrwaffe. Jetzt müssen wir aber gerade mal schauen, wo steigen wir denn ein? Das wäre da oben. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder auf Horsi, ich bin aber auf Inda. Gut. Da scheint es wohl gerade Krach zu geben, innerhalb unseres Dings. Ja, wo kann ich denn mal spawnen? Baustelle Gamma, wo ist denn die? Baustelle Gamma, kann ich überhaupt irgendwo spawnen, hallo? Nein, ich will gerne auf Inda, wenn es geht. Äh, wie mache ich das jetzt? Ähm, ah. Ja, ich würde da gerne spawnen. Ah, der Akzentur. Inda ist ein Wüstenplanet, vermutlich will er das, weil es ihn an das erinnert, was weiß ich. Schreibt mir, los! Mensch, immer diese Kindheitsfreunde. Die man erst wieder getroffen hat. Und die dann nicht regelmäßig schreiben. Könnte ich ausrasten. Sehr schöner Planet hier. Ist ja auch wieder Nacht. Warum ist da immer Nacht? Jedes Mal, wenn ich spiele, ist es Nacht. Hm. Ah. Das ist aber keine Maximeinheit. Ich bin enttäuscht von dir, Spiel. Ich habe gerade eine Maximeinheit ausgewählt. Ah, so leicht kriegst du mich auch nicht down. Und warum habe ich so ein großes Magazin? Ich weiß es nicht. Hep. Die werden irgendwo gekämpft. Oh, das wird einer sein. Ah. Ah. Au. Fuck. Ich werde aber schon geheilt. Danke. Ah, den will ich spielen. Oh, shit. Fuck. Okay. Äh. Spawn ändern. Spawn als... Schwere Kampfeinheit. Jetzt, Maxim. Äh. Ich kann den schon zocken, oder? Ich kann den schon zocken, oder? Ich weiß es nicht. Äh. Spawn als... Spawn als... Anzabwehr. Wie spiele ich den frei? Wie bekomme ich den? Es wird halt auch kaum was erklärt. Ich würde gern als... Ich würde gern als... ...den spielen... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Geht grad nicht. Warum auch immer. Ich bin nicht mehr Sunny. Geht euch das Beste. Ja, mit dem Kampf. Oh, shit. Ja, toll. Ich weiß nicht. Ja, Mama! Scheiße. Die Schutzen uns da draußen, ganz schön hoch. Fuck. Aber man kann sich halt auch nicht selber heilen. Scheiße. Wo ist hier noch was am Laufen? Hier? Kann ich da nicht rein sparen? Den schreibt doch. Mann. Mann. So. Was ist das denn? Egal. Okay, links ist also das Gatling. Bin ich überhaupt? Wo muss ich hin? Das ist der richtige Weg. Ich mach die Stimme in letzter Zeit echt übertrieben, oft auch für mich so alleine. Es ist schon übertrieben, ja. So komm ich überhaupt raus. So sieht's gar nicht aus hier. Ich lauf einfach mal hier entlang. Ich bin groß, gruselig und pink, waah. Ach ja, war so ein Nachtspaziergang, ne. Soomen kann ich wohl nicht. Boah. Mann, ich hab Panzer. So. 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 Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Okay Dann schwere Ankaufsanhalt Ich blicke manchmal gar nicht, wo hier eigentlich was los ist Hier sind so viele Leute gerade Und da fahren Panzer rum Schön So, ich habe meinen Raketenwerfer auf jeden Fall dabei Schade, dass der Panzer wegfährt Huch Alter, was ist denn da oben los? So geht es aber nicht da oben Ich glaube, ich nehme gerade nur mit halber Auflösung auf Na, ist schon Heiliger Scheiß, der leuchtet aber auch wie ein Tron Ja, bleibst du ruhig stehen Kommst doch rein in den Arsch Oh, das ist auch nicht so gut Oh, den habe ich gut erwischt Aha Das ist natürlich bestimmt zu reparieren Ah, nein, doch nicht Holy shit Oh, fuck Hätte er den nicht auch Okay Okay Hier geht es zumindest ein bisschen voran gerade Da drüben ist Die Kacke im Dumpfen Wucht mal, wenn wir Leute nicht schreiben Ich hasse es Der man zu lange auf eine Antwort warten muss Na ja, erstmal ein cooler Fisch hier Wo ist die Action? Los! Ach, da ist sie What the fuck Das steht ja hier Das ist aber nicht nett Ah, Mann Von wo denn? Moment, Moment Ich habe keine Flugabwehr, oder? Ich hatte als Max-Max-Einheit eine Flugabwehr Aber ich habe gerade keine Max-Einheit Oh, doch Könnte ich mir theoretisch eine kaufen Ich finde es gerade ein bisschen extrem, was hier los ist So, was ist hier los? Wer will was, wer will was Da oben, ha? Dick dich Ich gehe mal wieder rein Ich gehe mal wieder rein Oh, Gott Oh, Gott Scheiße Scheiße Weiß nicht Ich höll ihr mich überhaupt Ich sehe ja nicht mal was Kommt, Leute Alter Was ist das? Was? Was? Buggy? Halt mich mal jemand Das finde ich voll Knorke Ah, sehr gut Oh, kommt Ich weiß nicht, ob das coolukrativer ist, wenn sie mich wiederbeleben Egal Hallo Wer lacht hier so dreckig? Moment, von Letzten wollte ich nur sagen, Scheiße Fuck Kann sich überhaupt irgendwo hinbewegen, wo nix ist? Ich sage einfach mal Fuck, wieso bin ich immer der, der geschossen wird Da, das kann ich nicht wieder öffnen, genau, denn Scheiße Ich weiß nicht, ob du geschnitten bist Fick dich Ja, wohl auch keine Nachricht Was ist denn da los? Alter, das ist doch Sicherlich auch mal unsere Flanken Das wäre schon mal Edel Ficky Nein Fiss nicht Ach man, da unten rocken sie ja schon Okay, ich glaube, ich muss das anders machen It's time to terminate, come on, where are you? It's time to terminate, you all Fuck you Ich hätte es ja schon ganz ordentlich erwischt Fuck you Nein danke, kein Interesse Das ist doch nichts Wir haben alles zugenebelt Alter, von wo werde ich denn geschossen? Verlass umgehend in Sperrberei verschwinden Die Einrichtung ist verloren Ist doch scheiße Was haben wir hier noch? Spion, Scharfschütze Sunny Was hier schon wieder los ist? Das hier Oh genau Muss ich jetzt verstehen, warum ich automatisch nach hinten Ja Ich habe das jetzt nicht viel Absicht gemacht Kann ich da irgendwo spawnen? Ich kann nirgends spawnen Die wird auch angegriffen Das ist ja dieselbe Scheiß-Station nochmal Wenn ich was so auf die schießen Feindlichen Lightning-Panzer-Gesicht Ach da hinten Wetter abgeordnet Ich weiß ja nicht, worauf du schießt Aber wir haben gerade andere Probleme am Boden, Meister Lass mich mal ran da Oder dich Ach ja Wir nennen das kattische Überlegenheit Mal gucken, wo bin ich denn gerade? Mal gucken, wo bin ich denn gerade? Jetzt werde ich auf Steam angeschrieben Soll ich die Position verteidigen? Aber... Wie? Die Einrichtung wurde gesichert Ach so Mal! Ich bin doch nur ein einfacher Fuß, Soldat Ähm... Im Einsatzgebiet befindet sich ein Mag Rider Feindlicher Thundera im Einsatzgebiet Ähm... So vielleicht... Ja... Ja... Scheiße... Ach der wird schon irgendwas treffen... Ah seht ihr? Oh... 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 Kacke... Uh... Ein... Fliegendes... Irgendwas... Die wird gerade über angegriffen, oder? Ich verleg mal dahin Ich kann mich nicht bewegen... Ich kann mich nicht bewegen... Ich kann mich nicht bewegen... Oh... Entweder ist was direkt in der Nähe eingeschlagen, oder... Ich weiß auch nicht... Jetzt hab ich mich doch mal an... Ah scheiße... Ja... Ich hab einfach gekillt... Von... Und ich wurde von einem Clown getötet, ja... Das macht es ja viel schlimmer Hab ich genügend Geld für... Oh... Reise Zerminator dann! Und zwar gerne schnell, wenns geht... Ah... Vielen Dank... Der macht hier gleich einen auf... Anti-Air... Wo wird denn der jetzt getötet? Oh... Ich muss mal nachladen... Oder ein paar Toren fordern... Ich fühl mich wie so ein Big Daddy aus... Bioshock... Wenn ich damit auch mal was treffen würde Das ist auch echt geil Ah, da bist du, du Clown Oh shit, hat's mich erwischt Ach man So, äh Was bin ich jetzt? Sunny Na gut, die fallen hier sowieso rum, wie die fliegen, also gar nicht mal so schlecht Pen haben A eingenommen Jetzt hab ich keinen Scheiße Hey, gegen was wird hier gekämpft? Oh shit, die fliegen Oh shit, da bin ich noch nicht Wo müsst ihr den noch töten? Ah, fangst falsch an! Ach mann! Ich seh das nie! Es sind viele! Ah, der ist falsch! Ok, wenn die keine Ahmthergierung kommen haben... ...eine Ahmtherung war es ja... Aber ich werde das nixen! Au, 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 au! Fuck, fuck! Eine echte Angriffseinheit! Ich dachte, Sunny... Ist wohl nicht gestorben da... Das war wieder schwere Angriffseinheit... Na gut... Okay, so... Das... Was für uns? Oh, was für uns? Oh, was für uns? Ah... Ich mach's die alle fertig! Ich mach's die alle fertig! Hier gibt's keine Nachtsicht, oder? Ach ja... Die rote Kugeln! Wacken! Wir sind ganz praktische Überlegenheit! Ich glaub' da wiederbehebt mich keiner... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange ich jetzt schon spiele... Stimmstunde über 30 Minuten... Die Vorgesetzten sind beeindruckt! Gute Arbeit! So, pack'n Thundere! So, pack'n Thundere! So, pack'n Thundere! Ich hab'n... Ich hab'n größere Station dort zu sein... Oh... Schutzschild-Generator kritisch Schutzschild-Generator kritisch Jetzt schauen Da vorne ist C Unten ist C Naja What the fuck ist das? Fuck Nemesis kill Heißt das die haben mich alle schonmal getötet? Finde ich nicht in Ordnung Schutzschild-Generator kritisch Ist das jetzt hier unsere Station oder die feindliche? Weil ich kann hier einfach spawnen Schutzschild-Generator kritisch Schutzschild-Generator kritisch Schutzschild-Generator kritisch Lasst mich raten Der Schutzschild-Generator ist kritisch Hier müssen die verteidigen Okay 1% 1% 2% 2% 1% Fuck Der wird jetzt nicht ganz wieder rein Ha Jo Jo Waa Waa Jo Wurr 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 Ha Der einfach reingeschossen wird Der wird einfach kladenlos gestürmt Du hast dich der PR heute als würdig erwiesen Weiß das wir haben die jetzt Auch tatsächlich Na gut dann äh Große Station Europa und ich finde das ist äh Perfekt um Sich einmal auszulocken Eieiei Das Spiel ist schon packend Es ist auch ein verdammter Zeitfresser Jo Level 5 jetzt Wir werden sehen wie es weiter geht Bis dann Wir werden sehen Wir werden sehen Wurr Wir werden sehen mit dem Wir werden sehen wie es